Moin meine Leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Runde Selshock Live Mache ich relativ was blödes und gönnt das oh nein ein paar werden werde ich treffen aber nicht alle alle leider gerade eine runde mit eGolfi gezockt aka also der von team ego und leider konnte er nicht noch eine runde aufnehmen aufgenommen haben wir ja gar nicht aber wäre halt cool gewesen aber er hat leider keine zeit mehr gehabt deswegen mache jetzt noch mal so eine kleine random runde und versuchen ist was gutes das lustigste der ist fast in meine route gefahren 1 2 3 4 sagen wir mal hier ich bleibe hier stehen weil ich wahrscheinlich wenn ich jetzt nicht komplett blöd bin dann treffe ich doch ich bin blöd ich bin blöd ich bin mega blöd ich bin mega blöd bitte tötet mich bitte ein spaß aber ist halt mein fast meine route gewesen und die stehen unten die haben eh den kürzeren gezogen da die unten stehen sie stehen unten auf der liste wo ich habe eine hexe die setze ich aber noch nicht ein obwohl ich habe ja auch vulkan zum beispiel ich weiß nicht was sie kann möchte ich jetzt ein grunde nicht ausprobieren also wo ist die hexe alles mal gucken ob ich jetzt treffe der fährt der fährt dahin und trifft nicht trifft nur ein würde mir verarschen er fährt extra an die schräge und trifft nicht er trifft ein einzigen wie schlecht kann man sein hier muss ich gerade sagen mit dem ein ok aber der der bau und mal so der bau und zugesehen so ähnlich wie der bau und da Feuerwerk das das war heftig ich brauche irgendwo eine starke waffe ich brauche jetzt unbedingt irgendeine starke waffe die hexe die hexe die hexe die wicked witch 66 damage nein spaß aber es mal wieder was anderes so im neuen jahr kurz nach meinem geburtstag heftig alter der ist relativ hoch er ist relativ weit unten aber ich muss halt gucken kann ja nicht wirklich was machen ausrichten und wegfahren lohnt sich nicht dann verrenne ich meine route oder so dass ich gar nichts das ist ja auch blöd wenn ich komplett gar nichts vor der sah oh mein gott oh mein gott ich habe eine super idee hatte 2 und 2 ich habe ihn getroffen passiert ich schreibe ich wollte gerade los schreiben aber jagen wollte ihn halt treffen jeden hat hat hatten hat den gegnern getroffen und jagen hat halt den anderen getroffen oh ne python oh ne python oh ne python hat ne python mitten ins gesicht gekriegt ne waffe die gut damage zieht ich weiß es nicht das ist bisschen blöd das ist halt so wenn wir verlieren ist halt so aber ich habe hier noch runter geschossen mit dem young man guck mal was hat er denn noch schönes gehabt da hätte er auch nur müh gehabt der hat mit muh noch hingeschossen ich bin wenn er eine gute waffe hat bin ich tot wenn ich jetzt ein level 3 waffe hat dann bin ich 100% tot 100% aber egal wir haben eine runde vielleicht wird noch die nächste runde was also noch eine runde oder den hole ich mir jetzt noch den hole ich mir jetzt noch ihn hole ich mir jetzt noch ich sterbe jetzt zwar aber ihn habe ich mir geholt den habe ich mir noch gegönnt ich habe ihn verspeist den argon v2 trading ich bin tot egal ich habe ein kill und ein teammate runter geschossen wenn es nicht so lange dauert dann mache ich noch eine runde wenn die mich nicht kicken sollten oder jemand anderes rausgegangen sein sollte dann werde ich auf jeden fall noch eine runde hier mitspielen soweit dies auch erlauben sag ich mal weil wenn die mich kicken dann kicken die mich dann kann ich halt nichts dagegen tun aber eine runde ab wir noch eine runde schaffen das weiß ich ehrlich gesagt nicht aber probieren kann man es ja probieren kann man es ja ja so los Leute macht ready wo ist ready aaron los mach ready da ja 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 er hat ready gemacht war das nicht lustig gemacht ah er meinte mich diesmal uuuuuh das ist cool kriegt er im gleichen helikopter strike ab ich treffe da glaube ich da nicht ich gehöre ah doch ein bisschen ein bisschen aber ich habe vulkan wieder uuuuuh quicksand nice das ding habe ich auch den bound das würde vielleicht beide treffen ich schwör es dir er ist genau um meine rute gefahren nein nicht sein ernst er ist genau um meine rute gefahren wie geil ist das denn jetzt uuuuuh oh er hat meine rute oh gott oh gott wir haben meine rute so krass verändert dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr quicksand einsetzen möchte ehrlich gesagt hatte wird er so machen uns ich mache es einfach gut glück vielleicht traf ich ja was so nach motto ein bisschen was habe ich ja getroffen ein bisschen was ne das kommt davon wenn ihr beide auf mich geht dass ich mich bei euch beiden räche das ist halt einfach so wir bauen da das ding wäre noch cool einzusetzen aber ich will den bounder unbedingt noch ein paar ip kriegen heute nicht so dann muss ich mindestens 10 runter machen oh fuck oh ja 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 auf jeden nicht getroffen ein ganzes stück die hälfte muss ich runter setzen jetzt ungefähr und war ungefähr die hälfte noch gut glück habe ich jetzt ungefähr ja hab ihn und seine rute aber er hat das geskillt er kommt hoch den holen den versuche ich mir jetzt unbedingt noch zu holen ja er geht auf mich mit ein rainbow oh quicksand ja ich bin schon unten viel weiter kann ich nicht fallen weil der bounder macht viel damage nicht so wirklich ähm relativ relativ so wir probieren mal mit dem bounder also der müsste eigentlich treffen wenn ich nicht komplett blöd bin random hier schon ich bin auch gekillt gleich hole ich mir noch sein kram hier was er so übrig hatte da freue ich mich drüber und denn 123 haben wir auf jeden fall gut weg serviert sag ich mal 24 xp die man schon also die jetzt schon kriege ist auf jeden fall ziemlich nice 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 und ich habe tatsächlich eine folge für morgen für montag oder dienstag kommt mir vor allem wann ich das schaffe hoch zu laden also wenn ich morgen weg bin bisschen draus unterwegs kommt davon dass mein auge jetzt mal besser wird oder nicht viel hatte er ja nicht mehr viel hatte er ja nicht mehr rein theoretisch mal so ja ganz knapp aber mit feuer und wasser sturmflut oder so naja was sollte ich probiere ich muss das halt ausprobieren auch wenn ich jetzt nur noch eigentlich voll die rotzwaffen habe wie man sieht hier so jetzt sollte ich treffen er schickt ein smiley schöne grüße an dich schöne grüße oh 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 wenn noch 12 damage gemacht besser als nächstes gucken wir mal hier jetzt auf jeden den vulkan zeige ich euch ich weiß noch nicht ob ich den euch zeige das geht auf mich nicht so wild das hat er meine gute ja noch wirklich auch den mini pinger den er eingesetzt hat dann machen wir 1 2 3 4 so und setzen die mal ein und hoffen dass wir treffen ja leider habe ich glaube ich habe leider nicht getroffen aber er hat nur noch 41 hp und dagegen ich habe noch 123 also 123 und der ist noch fast voll also ja ich sag mal der der wird auf jeden fall ja uns beide auf jeden fall nicht töten oh mein gott oh mein gott oh mein gott komm treff dich selber treff dich selber oh mein gott oh mein gott oh was für ein schwein 1 2 3 4 5 ich meine niemand hat getroffen ja wir verschonen ihn noch mal eine runde eine runde verschonen wir ihn noch mal bin ja nicht so okay ich habe voll verkackt mach ich wohl kann gleich fest ehrlich gesagt ich glaube wir setzen gleich vulkan ein oh mein gott regen zum glück war das nicht so viel damage oh einer ist gequittet 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 ah ich treffe mich selber ich treffe mich selber ich treffe mich selber ich treffe mich eiskalt selber oh mein gott umg umg und hashtag war ungewollt ich habe mich eiskalt selber getroffen mit dem vulkan immerhin er hat den vulkan gesehen hat sich doch auch schon gelohnt jetzt mond oh wenn ich pech habe tötet mich jetzt selber oder ihn verletze ich verarschen verarschen was machst du ich werde so jetzt sterben glaube ich einfach mal ich habe einfach nur noch kack werfen uh nein dachte ich kann mich freuen kann ich mich freuen oh ja wenn ich nicht komplett gescheuert jetzt bin ja 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 leute das war es hier von dieser runde wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einfach eine positive bewertung da wenn ihr mehr sehen wollt schreibt einen kommentar wie wenig das mal aufnehmen könnte oder wenn ihr es eigen habt schreibt in die kommentare ich zog gerne mal eine runde gegen euch mit euch zusammen und aufnehmen ist auch keine frage wir gucken mal was wir erstmal alles hier freigeschaltet haben neue waffe erstmal eine neue waffe neue map und runde und riechern und riechern was wir level mäßiger zu kriegen wir machen jetzt mal boost hier ja 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 bisse leute ciao und riechern und riechern und riechern und riechern